Gefangen genommen. So sieht es aus. Eigentlich hatten wir das Baby der Schwarzen ja schon, quasi der letzte Überlebende der Schwarzen, der vermutlich letzte Überlebende. Und dann hat es uns so stark beeinflusst in unseren Erinnerungen, die wir ja dann auch nochmal durchleben mussten oder konnten, dass wir bewusstlos geworden sind und dann gefangen genommen worden. Und von wem und was jetzt passiert, das finden wir jetzt gemeinsam raus. Viel Spaß. Das war's. Herr Sturbenführer, das war's. 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 Oh. 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 Okay. Oh. Danke, Kumpel. Ich verstehe es dir. Ich verstehe, ich verstehe es aus Sparta und ich aus Krasse Linie. Unsere Begründer können sich nicht befehlern, aber wir, das ist ein ganzes Soldat. So, ich verstehe es. Lass uns zusammenhalten, Kumpel. Ich weiß nicht, wir können nicht von uns ausziehen. Wir haben eine Chance. So, und was haben sie da gesagt, über das Messerbrot? Ja, und du arme Sau. Dein Schädel hat wohl nicht so recht hier reingepasst, ne? Okay. Nach dir? Ja, natürlich, Kopfübers ist immer super. Wo ist das Messer? Ich will das Messer haben. Achso. Ja, ja. Bleib mal entspannt. Kommt doch schon. Wie soll ich das? Wo bist du dabei? Ein Leere Heuf ist, es werden zu schauen. Okay. Wann sie mich fort. Es wird mit dem afternoast. Ich habe schon gehört, dass sie etwas passiert. Hier sind die Gegend zu leben. Aber was dugel? Achso, was du da? Da, das fällt. Da, der Seite. Okay, ich bin der Erwart. Du bist mit mir. Nur ruhig, dann kommt der Gas. Okay. Okay. Komm, geh, Kumpel. Brauchst du Hilfe? Okay, und wo dann? Hä? Okay, wie mach ich das? Ah, die Leiter hab ich gar nicht gesehen. Ach du Scheiße, volles Drecks noch hier. Ich will auch hier hoch, hallo. Ah ja. Okay. Vielen Dank, Herr Minister. Vielen Dank. Ja, ja, ich bin dabei. Okay, okay. Okay, sachte. Ich bin schon da, Kumpel, mach mal. Okay. Ich verstehe nicht, was ihr sagt, Mann. Ich glaube, der Hebel hier ist gut, oder? Ah. Ah. Ja, ich glaube, ihr wollt, dass ich euch aushole, oder? Das würde ich gerne tun, aber ich verstehe euch nicht. Hinten ist noch einer. Mache ich, mache ich. Nein. Nichts. Oh, scheiße, da kommt einer. Okay, nice. Okay. Nicht geduckt, ja. Wir töten den nicht, sofern möglich, weil ich glaube, das hängt vielleicht auch davon ab, ob wir das gute Ende erreichen oder nicht, wenn wir das tun. Oder auch nicht tun. Oder auch nicht tun. Ja, ja. Ja, ja. Was, was auch immer gesagt, Kumpels. Ach, du Scheiße. Scheiße. Ja. 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 Sehr dumm, ey. Okay. Ist der dumm, dass der dem die Story erzählt, oder? Und dann, ja, dann nehme ich die Hälfte, damit ich nichts weitererzähle. Schon ein bisschen dumm, ey. Naja. Nicht unser Problem, ne? Ganz schön verrottet hier. Ach du Scheiße. Ach was. Sind das so Wurfdinger, oder was? Wurfmesser. Wirf ein Messer mit Maus-Taste 4. Äh. Wie kann ich das wieder rückgängig machen? Hm. Okay, schauen wir mal, ne? Ich glaube, da unten geht's nicht lang, ne? Wir müssen hier oben lang. Hattet ihr noch was dabei, der arme? Der arme Trottel. Oh, der kommt, der kommt. Vielleicht können wir den auch ausschalten, ohne ihn töten zu müssen. Schauen wir mal. Hopp. Da war ich, da war ich. Seid ruhig, ihr Spacken. Ihr verratet mich nur. Seid ruhig, Mann. Oh. Hä? Wie hat er den denn ausgeschaltet? Ah, ja, ja, ja. Hab ich schon gesehen. Ja, ja. Sehr ruhig, ey. Scheiße. Scheiße. Los, was war das? Ist die Menü aufgegangen? Warum das denn? Honig. Hm. Was ist denn? Sergei. Soll ich den jetzt ausschalten, oder? Hä? Okay. Ach übrigens, ihr habt ja bemerkt, dass der Sound, ähm, die Stimmen hinter uns nicht zu hören waren. Das liegt, das lag vermutlich am, am, an der Soundkarte, also es lag nicht an der Soundkarte, an und für sich, aber das Spiel, äh, äh, hat ja Surround Sound, ne, und dadurch, dass ich dann hinten, äh, das ist dann, perhaps Stereo nur aufnimmt, hat es dann irgendwie nicht aufgezeichnet oder was, kann ich nicht verstehen, weil bei Beispiele und bei allen anderen Spielen, die ich bisher aufgenommen habe, also Eco-Shooter speziell, hab ich immer Surround Sound angehabt und es ging dann trotzdem, um ein warmes Video zu hören und hier offensichtlich nicht. Ich hab jetzt mal den Sound wieder auf Stereo, Stereo gestellt, also in der Soundkarte und ich glaube, das Problem ist damit beseitigt, ne? Also es war kein Feature vom Spiel, sag ich mal. Oh ja, ne Waffe, Mann. Ja. Hm. Okay. Das wollte ich gar nicht, wollte die Lampe rausschrauben. Mach mal die Lampe umweg, Kumpel. Oh, scheiße. Okay, mach die Lampe kaputt. Alter, mach die Lampe kaputt, Mann. Geh mal kurz rüber, ob der ein paar Drohnen dabei hat. Oh, der hat auch noch was anderes dabei. Aber wir bleiben bei der Pistole. Hat die auch einen Schalldi? Ne, hier, die MP hat nämlich gar keinen Schalldämpfer. Bleiben wir nämlich erst recht bei der Pistole. Doch, wir gehen auch hier hoch. Mach nämlich jetzt erstmal die Lampe kaputt, ey. Sehe ich gar nicht ein, da im Hellen rumzulatschen. Das ist trotzdem ganz schön hell, ey. Vielleicht soll ich das Spiel trotzdem ein bisschen dunkler stellen. Ich glaube, das werden wir mal schnell machen. Äh, Spieloption? Ne, wo war das? Gamma. Warte, ich habe doch gerade Gamma gelesen. Gamma hier. Gucken wir mal ein bisschen dunkler. Ich glaube, das ist zu hell. So, gucken wir mal jetzt, wie es los ist. Was hier los ist. Ja, ist auch nicht viel dunkler, ne? Vielleicht ist das Absicht, dass es im Moment noch so hell ist. Keine Ahnung. Allerdings ist es dann ein bisschen unlogisch, dass die uns nicht sehen. Äh, mach! Munitionski. So, und jetzt? Machen wir jetzt, Kumpel. Das sind ganz viele, Mann. Eins. Zwei. Mindestens zwei. Und links schreit noch einer. Soll ich wieder unten lang, oder was? Ich gehe mal wieder runter. Ja. Äh, runter. Ich gehe mal wieder runter. die die sind ganz schön hell oder also wenn es für euch immer noch zu hell im video ist oder was das nicht zu dunkel ist würde ich das im nächsten paar dann noch mal eine nuance dunkler stellen irgendwie wirkt das verdammt hell gerade ich trau mich nicht wie die px neu ist diese blätter oder so würde man sagen aber noch drei typisch ne wie machen wir die denn den einen lassen wir mal herlatschen und dann gehen wir hin und kloppen den mal gerade auf die uhr stimmt sogar dass die aktuelle uhrzeit hier was ihr auf eine uhr lesen könnt aktuelle uhrzeit bei mir zu hause oder in deutschland kommt er wieder her oder ja nicht so machen wir mal da drüben doch die glühbirne weg ne was bleibt der da stehen ey verdammte axt die 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 Was? Nein. Oh, geil. Äh? Ja, Mann! Klopp! Ja, Mann! Sofort, sofort, ich komm gleich, Kumpel. Oh, geil, oder? Haben wir gut gemacht, finde ich, gut gelöst. Auch wenn die natürlich ein bisschen holen in der Berne sind. Aber, ja, ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ach, jetzt haben wir sie befreit, guck mal. Ja, viel Glück, Kumpels, ne? Ich glaub, das war auch wieder ne gute Sache. Hätten wir nicht machen müssen, aber wir machen es natürlich. Ja, los doch! Ja, schli! Ich bin doch, was zum Spiel jederzeit geht. anieter ich proste sammelt oder wie du mal bricht mir an und hat wir heute worin zu passen das ist das tue человечeske rasse wenn es nur mutante rasmus hat so gut schon ist was die pekale nirgendwo wieder zu erlösen uchtet er zu den aday bestritt nur mal ganz kurz hier hoch obwohl ich glaube dass er noch was ist ja 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 ich komme Dann los, hm? Kommst du? Wie komm her? Ich bin doch schon da. Okay. Oh, wir sind entkommen. Der Weg aus der faszinierenden Türen ging unter dem Devizum. Mein Mann, mein Freund. Er nennt diesen Freund, Pavel. Er ist die verletzten Gruppe Krasse. Ich hatte niemals seine sympathische Kommunisten. Aber Pavel war als Geroe. Das ist bei mir auch so. Das ist vom Spiel so. Aber, ja, ist nicht so schlimm. Man sieht ja noch mal, was dort steht. Und für nicht Russisch Sprechende, die müssen sie ja eh mitlesen. Okay. Ich komme, dahint liegt noch was. Was zum Lesen. Eintrag 1 vom Reich. Der Schwarze war hier. Im Konzentrationslager des Reichs. Aber er ist schon lange weg. Tja. Das bedeutet, dass ich ihm folgen muss. Der Auftrag von Miller steht noch immer. Ich werde den Schwarzen finden. Und dann werde ich entscheiden, was zu tun ist. Wenn der Faschistenarsch die Wahrheit gesagt und die Kreatur wirklich einen Händler der Hand verkauft hat, kann der Schwarze jetzt überall sein. Die Hanse besetzt die Ringlinie der Moskau Metro und ist ein Bündnis aus Handelsstationen. Da fahren noch immer normale Güterzüge und Passagierkarawanen. Da waren wir übrigens auch mal, ne? In dieser Moskauer Metro. Im Metro 2033, wenn ihr euch erinnert. Diesen riesengroßen Güterbahnhof. Der Schwarze gönnte es innerhalb eines Tages zur anderen Seite der Metro geschafft haben. Vielleicht habe ich seine Spur schon verloren. Ich weiß nicht, wie der Schwarze Folter und Hinrichtung entgangen ist. Die Faschisten hängen die Leute normalerweise schon, wenn ihr Kopf die falsche Form hat. Eine Kreatur wie der Schwarze sollte für sie also die Verkörperung des Bösen und der Korruption darstellen. Ja. Ich glaube nicht, dass er tot ist, ne? Moment mal, wir haben hier bestimmt was hier zum Lesen. Und zwar der Schwarze. Der Schwarze ist an Händler der Hanse verkauft worden. Flucht. Flüchte vom Territorium des Reichs. Alles klar. Was machen wir jetzt? Äh, wegstecken. Wegstecken! So. Ich komme, warte auf mich.